Und das ist der Gregor Rühl, meine Damen und Herren! Hallo, 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 hallo. Wow! Herzlich willkommen zu Scherzblatt. Ihr seht's. Das ist witzig, weil es eigentlich heißt... Ja, Hammer! Dieses Set hat ein bisschen Ähnlichkeiten zur Kult-Flirt-Show Herzblatt. Bei der er damals ein Kandidat zwischen drei Kandidaten des jeweils anderen Geschlechtsmittels Fragen sein Herzblatt auswählen durfte. Also sowas wie Tinder nur als Fernsehshow. Die waren getrennt durch diese Wand. Die haben sich nicht gesehen. Das war quasi die Challenge. Und wir spielen heute was Ähnliches. Und zwar wirst du aus drei Thorsten Sträters, den echten Thorsten Sträter, heraushören müssen. Ja. Und deswegen bitte ich dich jetzt einmal darüber, Tommi. Okay, oh Gott. Und wir fahren die Wand vor. Ja. Und wenn die Wand vorgefahren ist, kommen unsere Thorsten Sträters Nummer zwei und drei. Verstand. Und zwar bitte ich dich jetzt auf die Bühne. Okay. Hallo. Hallo. So. Hallo. Super. Hervorragend. Setzt euch gern hin. Tommi, ich erklär dir, wie es funktioniert. Ja. Ich bin sofort aufgeregt. Hier sitzen jetzt drei Thorsten Sträters. Es gibt nämlich Menschen, die machen Thorsten Sträter gerne nach. Also so beliebt ist die Stimme. Und du wirst mittels Fragen anhand der Antworten dann versuchen rauszufinden, wer der echte Thorsten Sträter ist. Damit es nicht zu einfach wird, wirst du eine Frage stellen und nach der ersten Frage dürfen die drei jeweils mit einem Wort antworten. Nach der zweiten Frage dürfen sie mit zwei Worten antworten, nach der dritten mit drei und so weiter und so fort. Sonst wird es zu einfach. Habt ihr alles verstanden soweit? Ihr da drüben auch. Ihr seid bereit. Mhm. Kann ich nochmal so ein gemeinschaftliches Hallo hören? Hallo Thorstens? Hallo. Hallo. Boah, das war schon nicht so. Fang gern an. Thorsten 1. Nenne mir deinen Namen in schönster Thorsten Sträter Manier. Thorsten. Thorsten Nr. 2, nenn du mir deinen Namen in schönster Thorsten Sträter Manier. Thorsten. Thorsten Nr. 3, jetzt du bitte. Thorsten. Was ist das für ne kleine Tendenz? Tendenz hab ich ja. Mach einfach weiter. Thorsten Nr. 3, was wirst du heute nach der Sendung machen? Thorsten. Vielleicht knattern. Das könnte der echte sein, weil wir haben hinter den Kulissen schon geredet, was wir später machen wollen. Thorsten Nr. 2, was machst du nach der Sendung? Eine rauchen. Und Thorsten Nr. 1? Gregor Storken. Machen viele. Thorsten Nr. 1, was gab's bei dir heute zum Frühstück? Roastbeef, Hühnchen, Pizza. Klassische Kombi. Thorsten Nr. 2, was gab's bei dir zum Frühstück? Ein Tabakerzeugnis. Und Thorsten Nr. 3, was hast du als Erstes gegessen heute? Ein dickes Pilz. Hast du schon ne Vorstellung im Kopf? Ja, ich hab ne Tendenz. Mach noch ein bisschen weiter. Ich hab auch direkt Bock selber. Thorsten Nr. 1. Thorsten Nr. 2. Achso, ja. Vier Thorstens. Thorsten Nr. 1. Boah, die sind ja so linguistisch begabte Menschen. Thorsten Nr. 1. Vielleicht irgendwie, also so Wortakrobaten. Thorsten Nr. 1, welches Wort oder welche Worte sollten in den Duden aufgenommen werden? Was? Thorsten Nr. 2. Was für Worte sollten deiner Meinung nach in den Duden aufgenommen werden? Schladunsen. Killefit. Hä? Schwobbelwobbel. Pokémon Permanganat. Hä? Egal. Thorsten Nr. 3, was sagst du? Was muss in den Duden aufgenommen werden? Klavüppi. Radötzen. Wemse. Stretan. 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 Boah. Wemsen steht schon drin im Duden, glaub ich. Wemsen? Ja, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht nochmal was Persönliches? Zum Abschluss als Frage. Flirtig? Wie küsst du oder so? Ne. Ah, hier. Ähm. Thorsten Nr. 3, mach mir mal ein schönes Kompliment. Du hast nen schönen Ranzen. Thorsten Nr. 2, mach du mir ein schönes Kompliment. Ich mag dich als Mensch. Hä? Hä? Thorsten Nr. 1, was sagst du Schönes zu mir? Du riechst immerhin Mittel. Hat er recht. Hat er recht. Es war ein langer Tag. Ähm. Ja, das müsste jetzt eigentlich reichen an Fragen. Hast du dir... Mehr darf ich nicht? Also... Hey, aber jetzt bin ich wirklich verunsichert. Ohne Scheiß. Kein jetzt so Fernsehgelaber. Ich weiß wirklich nicht. Fernsehgelaber, man kennt's. Mach mal Fernsehgelaber nach. Herzlich willkommen bei Anne Wilm. Bis nächste Woche. Das können Sie doch aber so nicht sagen, Herr Habeck. Das wäre eine geile Tranche so. Wuuuuh. Willkommen zu... Wir haben kein Geld mehr im Haus. Klimawand. Ähm. Also, Tommi, du hast... Klimawand. Du hast jetzt noch ein bisschen Zeit zu überlegen, weil... Jetzt kommt noch unsere Zusammenfassung von der lieben Susi. So, lieber Tommi, wer soll denn nun dein Scherzplatz sein? Riesen Ranzen anbichtet. So, lieber Tommi. Jetzt musst du dich entscheiden. Ich bleib aber bei... Tommi, jetzt... Ich muss entscheiden. Aber ich... Ähm... Hä, aber... Wen nimmst du? Wer ist der echte Thorsten? Am Anfang war für mich ganz klar, dass Kandidat 2 Thorsten ist. Ja. Deswegen muss ich... Dabei bleiben. Also, ich sag... Thorsten 2 ist... Thorsten 2? Thorsten 2 ist... Sesam öffne dich. Hä? Martin, Alter! Hä? Hey, geil! Die ist doch geil! Nice! Hä? Also... Aber habt ihr... Vielen Dank an unsere, äh... Thorsten Stritters 2 und 3... Thorsten Stritters 2 und 3... Das kam auch nicht so. Martin Fischer und Christian Schiffer. Eventuell war da ein bisschen Karussell. Habt ihr... Eventuell! Oh Gott! So ihr Lieben! Bravo! Vielen Dank! Das war's für heute! Vielen Dank an Thorsten Stritter, alias Martin Fischer, Thorsten Stritter, Christian Schiffer, Rudi Carell, Aga, Gregor Ruhl und natürlich dir, dem Allerechten. Willkommen, Herr Thorsten! Vielen, vielen Dank, dass du ankommst! Gerne! Dankeschön! Das war sehr, sehr toll! Bis nächsten Wochen wieder da! Bleiben Sie gesund und schalten Sie wieder rein! Liebe Grüße an alle! Tschüss! Hallo an alle First Mover, Silversurfer und Klick-Millionäre! Wenn ihr noch mehr von Studio Schmidt sehen wollt, dann könnt ihr das hier, hier oder hier tun. Ich hoffe, hier war jetzt auch noch was und ich habe nicht einen hier zu viel. Ansonsten stand auch gerne drüben in der ZF-Mediathek vorbei. Da gibt's alle Sendungen nochmal in voller Länge und dann sehen wir uns da. Tschüss! Applaus Applaus